520 Euro. Jeden Tag verdienen. Für viele ist das sicherlich ein großer Traum und ich werde dir im heutigen Video zeigen, wie du genau das erreichen kannst. Wenn du das auch möchtest, schau unbedingt das komplette Video bis zum Schluss und verfolge jeden Schritt mit, damit du wirklich verstehst, was du tun musst, um solche Ergebnisse erzielen zu können. Es handelt sich hierbei um geprüfte, seriöse Methoden, die garantiert funktionieren. Dir sollte aber auch bewusst sein, nur weil diese funktionieren, heißt das natürlich nicht, dass du hier keine Arbeit investieren musst. Gerade am Anfang musst du einiges an harter Arbeit investieren, um solche Ergebnisse erzielen zu können. Nach einer Zeit wird das aber immer weniger und es wird immer einfacher. 520 Euro am Tag sind wirklich eine riesige Summe an Geld. Das sind 15.600 Euro im Monat und du kannst das erreichen, wenn du bereit bist, einiges an Arbeit zu investieren. Wenn dich Videos zum Thema Online-Geldverdienen interessieren, gib dem Video jetzt schon mal ein Like, abonnier den Kanal und aktivier auch die Glocke. So verpasst du nichts mehr und ich erwarte hier jeden Tag neue Videos zum Thema Online-Geldverdienen. Die Links zu allen der heute gezeigten Methoden findest du in der Videobeschreibung. Du findest in der Beschreibung ebenfalls unsere weiteren liebsten Methoden, um Online-Geld zu verdienen und unsere hilfreichsten Tools. Ich habe dir außerdem mehrere Videos in die Beschreibung gepackt, in denen du viele weitere hilfreiche Tipps zum Thema Online-Geldverdienen bekommst und so garantiert für dich das Richtige dabei ist. Lass uns direkt starten mit der ersten Methode, ich wünsche dir viel Spaß. Als erste Methode möchte ich euch gleich mal meine Liebste vorstellen, da ihr hier sogar Geld verdienen könnt, während ihr schlaft und ihr überhaupt nichts dafür tun müsst. Es ist meiner Meinung nach die mit Abstand einfachste Methode, Geld zu verdienen, die es momentan überhaupt gibt und ich nutze es bereits seit längerer Zeit täglich und bin damit sehr zufrieden. Die Rede ist hierbei von Naga Copy Trading. Für diejenigen, die es nicht wissen, werde ich einmal kurz zusammenfassen, was Copy Trading überhaupt bedeutet. Mit einer Copy Trading Plattform ist eine Plattform gemeint, auf der professionelle und erfahrene Trader sind, die dies hauptberuflich machen und du eben diese Trader komplett automatisch kopieren kannst. Das bedeutet also, auf dieser Plattform hier gibt es professionelle, erfahrene Trader, die beispielsweise mit Aktien oder was auch immer handeln und das hauptberuflich machen. Du kannst nun auf Naga komplett transparent und offen nachverfolgen, wann die Person ein Trader öffnet, wann sie entschließt, ob sie Gewinne oder Verluste macht und was diese Person eigentlich den ganzen Tag tut. Nun kannst du dir das aber nicht nur angucken und vielleicht selber versuchen irgendwie nachzumachen. Auf Naga hast du die Möglichkeit, einen Trader komplett automatisch per Knopfdruck zu kopieren. Das bedeutet also, du suchst dir einen Trader raus, der konstant gute Gewinne macht und kannst diesen mit nur einem einzigen Knopfdruck permanent kopieren und jedes Mal, wenn dieser Trader einen Trader öffnet, wird automatisch auch ein Trade für dich eröffnet. Jedes Mal, wenn ein Trader einen Trade schließt, wird dein Trade auch geschlossen. Das bedeutet also, du machst alle Gewinne, die dieser Trader macht, komplett automatisch. Du brauchst hierfür überhaupt nichts zu tun und kannst von der Erfahrung von diesem professionellen Trader profitieren und so einfach komplett von selbst Geld verdienen. Wie das Ganze aussieht, werden wir uns gleich einmal anschauen. Wenn du dich bei Naga registrieren möchtest, findest du den Link dazu in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich dir ein anderes Video von mir verlinkt, wo ich dir ganz genau erkläre, wie du dich eigentlich bei Naga registrierst. Die Registrierung ist kostenlos und geht extrem schnell, also guck dir das Video gerne mal an, wenn du da unsicher bist. Du kannst mit Naga wirklich mehrere tausend Euro im Monat verdienen und es ist unglaublich, was hier Leute teilweise schon verdient haben. Jetzt werden wir uns aber anschauen, wie du auf Naga eigentlich einen Trader kopierst und wie du damit Geld verdienst. Hierfür gehen wir einfach auf die besten Liste, um uns die besten Trader anzuschauen und ich mache es meistens so, dass ich hier nicht nach den erzielten Gewinn, sondern nach dem verwalteten Vermögen gehe. Hier schauen wir uns jetzt einfach direkt mal den Trader an, der auf dem allerersten Platz ist und das ist der Trader Goldexperte. Wir gehen hier auf das Profil rauf und können sehen, er stammt aus Deutschland und wird aktuell von 842 Leuten kopiert. Wenn er von so vielen Leuten kopiert wird, ist das natürlich schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass seine Trades profitabel sind. Das ist aber nicht immer der Fall und ihr solltet hier unbedingt auf die Statistiken gucken, um euch natürlich anzuschauen, ob der Trader für euch profitabel ist oder nicht. Hier links ist ein sehr wichtiger Bereich, der euch der Trader hier sagt, mit wie viel Kapital ihr ihn kopieren solltet. Jetzt kommen wir aber zum interessantesten Bereich und gucken uns an, wie viel Geld du eigentlich mit Naga verdienen kannst. Hierfür schauen wir uns jetzt mal die Trades von Goldexperte an und können schon sehen, dass diese Trades alle nur aus den letzten paar Tagen sind und er hier beispielsweise 11 Euro, 19 Euro, 20, 26, 12, 12, 8, hier haben wir minus 10 Euro, aber ansonsten wieder 8, 8, 8, 11, 10, 10, 11 Euro verdient hat. Und das ist alles nur aus den letzten drei Tagen und sind mehrere hundert Euro insgesamt, die er hier nur in ein paar Tagen verdient hat. Das geht hier wirklich die ganze Zeit so weiter und das sind riesige Summen an Geld, die da zusammenkommen. Wenn du jetzt diesen Trader kopiert hättest, hättest du alle Gewinne, die er dort gemacht hat, gleichzeitig mit deinem Geld natürlich auch gemacht. Und hierfür musstest du nicht einmal etwas tun, sondern der Trader hat die komplette Arbeit erledigt. Wenn du jetzt einen Trader kopieren möchtest, kannst du einfach hier auf dem Profil auf Auto kopieren drücken und siehst hier dann nochmal alle Statistiken zusammengefasst und kannst nun auswählen, mit wie viel Kapital du diesen Trader kopieren möchtest. Ich wähle hier meist einen Prozentanteil und du kannst hier irgendwas zwischen 1 und 100 auswählen. 100% bedeutet natürlich, dass du genauso viel Kapital einsetzt wie der Trader selbst, aber gerade am Anfang würde ich dir empfehlen, hier eine geringe Zahl zu nehmen, wenn du nicht mit riesigen Summen tradest. Wenn wir jetzt hier also beispielsweise 10% eintragen, können wir sehen, dass wir jedes Mal mit 10 Einheiten tradet, wenn Goldexperte 100 Einheiten tradet. Wenn das alles so für dich passt, klickst du einfach auf Auto kopieren starten und ab jetzt wird jedes Mal ein Trade eröffnet, wenn Goldexperte einen Trade eröffnet. Diese Trades kannst du dann hier im Bereich Position sehen und kannst dir immer anschauen, wie es bei dem Trade gerade läuft. Du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, ein Trade auch selber zu schließen oder zu verändern. Auch wenn das Ganze komplett automatisch läuft, hast du natürlich die volle Gewalt und kannst alles handhaben, wie du das möchtest. Es handelt sich hierbei also wirklich um eine extrem interessante Chance und ich kann Naga wirklich komplett empfehlen. Probiert es einfach mal aus und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir sehr gerne. Wenn du jetzt auch mit Naga starten möchtest, findest du den Link in der Videobeschreibung. Nutze auf jeden Fall diesen Link, da du dort direkt zur Registrierung kommst und einen wirklich unglaublichen Bonus bekommst, wenn du dich darüber registrierst. Ich habe ein Sheet für dich erstellt, auf dem ich die allerbesten Naga-Trader zusammenfasse und dazu immer angebe, mit wie viel Kapital man diese kopieren sollte. So ist für jeden Kapitalbereich also der passende Trader mit dabei und du erhältst hier extrem hilfreiche Tipps, wie du komplett ohne Vorwissen starten kannst. Auf diesem Sheet sind die wirklich besten Naga-Trader zusammengefasst, die extrem hohe Profite machen und mit denen du mehrere tausend Euro im Monat verdienen kannst. Wenn du das Sheet haben möchtest, registrier dich einfach über den Link in der Videobeschreibung und sobald du das gemacht hast, sende mir eine kurze E-Mail, dass du es erledigt hast und ich werde dir das Sheet zusenden. Die Registrierung bei Naga ist komplett risikofrei und kostenlos. Es dauert nur wenige Sekunden und du kannst sogar mit einem kostenlosen Demokonto starten, um zu gucken, ob Naga dir überhaupt gefällt. Ich nutze Naga selbst täglich und bin damit wirklich sehr zufrieden. Daher kann ich dir auf jeden Fall mit gutem Gewissen empfehlen, Naga einmal auszuprobieren und ich wünsche dir, dass du schaffst, ebenfalls mehrere tausend Euro im Monat mit Naga zu verdienen. Die zweite Plattform, die ich euch vorstellen möchte, ist diese hier und hier könnt ihr eure Dienste als Freelancer anbieten und dafür wirklich riesige Summen an Geld verdienen. Natürlich braucht ihr hierfür einen speziellen Skill, den ihr vermarkten könnt und vielleicht habt ihr schon einen oder ihr könnt euch einen aneignen. Gerade heutzutage, wo unfassbar viel Wissen gratis zur Verfügung steht, ist es so einfach wie noch nie, sich selber etwas beizubringen und dieses dann zu vermarkten. Auf der Plattform kannst du wirklich unvorstellbare Summen an Geld verdienen und wir werden uns das gleich einmal genauer anschauen. Das Ziel dieser Plattform ist einfach, Unternehmen und Freelancer zusammenzubringen und wir haben hier bereits riesige Kunden wie Allianz oder L'Oreal. Das Ganze funktioniert für Unternehmen so, dass sie hier mehrere Freelancer zur Auswahl haben, dann ihr Projekt beschreiben, sich die Angebote von den Freelancern einholen und dann mit einem der Freelancer zusammenarbeiten. Und genau dieser Freelancer kannst du eben sein für die verschiedensten Bereiche. Auf der Plattform hier gibt es unfassbar viele Kategorien, mit denen du Geld verdienen kannst. Wir werden uns hier jetzt beispielhaft mal eine angucken und gucken, was man damit verdienen kann. Hier sieht man die aktuell gefragtesten Berufe und wir werden uns jetzt einfach mal anschauen, was man hier als Agile Coach verdienen kann. Natürlich brauchst du als Agile Coach ein gewisses Vorwissen, aber auch das ist definitiv erlernbar und es gibt hier einige Kategorien, die vielleicht noch besser für dich in Frage kommen. Guck einfach, was am besten zu dir passt und bau das Ganze dementsprechend auf. Hier können wir schon sehen, dass die ersten zwei Leute über 1000 Euro an einem Tag nehmen und es hier eine Person gibt, die sogar 3100 Euro pro Tag verlangt. Und das sind jetzt keine Extrembeispiele, sondern hier wirklich die normalen Preise. Hier haben wir wieder 1300, 1200, 800 Euro pro Tag und die ganze Zeit weitere Summen in diesem Bereich. Diese Leute werden auch wirklich gebucht und haben teilweise schon einige Bewertungen, aber auch ohne Bewertungen haben sie bereits Empfehlungen und wurden bereits mehrfach eingesetzt. Du siehst also, dass das wirklich unfassbare Summen an Geld sind, die du hier verdienen kannst und wenn du dir einen Skill aneignest und den auf dieser Plattform vermarkt ist, kannst du damit sehr viel Geld verdienen. Es gibt natürlich noch einige weitere Plattformen, auf denen du sowas anbieten kannst und du kannst dich einfach auf einen registrieren, um so viele Aufträge wie möglich zu erhalten. Ich will mich gar nicht speziell nur auf diese Plattform hier fokussieren, sondern dich einfach dazu motivieren, es dir zuzutrauen, dir einen neuen Skill anzueignen und das Selbstbewusstsein dazu zu haben, solche Dinge einmal auszuprobieren. Ich glaube fest daran, dass du das auf jeden Fall schaffen kannst und so einiges an Geld verdienen kannst. Es gibt hier viele verschiedene Kategorien, aus denen du dich auf einen Bereich spezialisieren kannst, der dich wirklich interessiert und gerade zum Beispiel im Bereich Marketing, vielleicht kombiniert mit Social Media, kannst du hier sehr, sehr viel Geld verdienen und dir diesen Skill innerhalb kürzester Zeit aneignen. Auch das können wir uns jetzt noch einmal anschauen und gehen hier einfach auf Marketing rauf und hier haben wir zum Beispiel eine Person, die, wie ich gerade schon gesagt habe, Social Media Marketing macht und dafür 700 Euro am Tag nimmt. Hier gibt es sogar jemanden, der sich auf nachhaltige Strategien spezialisiert hat und hierfür 4.800 Euro am Tag nimmt und tatsächlich wurde diese Person bereits mehrfach gebucht und hat sogar Bewertung. Du siehst also, was hier alles möglich ist und ich würde dir auf jeden Fall raten, es einmal auszuprobieren. Viel Erfolg dabei und ich glaube fest daran, dass du es schaffen kannst. Die letzte Plattform, die ich dir für heute vorstellen möchte, ist Check24. Check24 ist eine Vergleichsplattform, die sicherlich die meisten von euch kennen, worüber ihr eure Versicherung abschließen könnt, Handyverträge, Kredite aufnehmen könnt, Reisen buchen, Mietwagen oder was auch immer. Aber es gibt auch noch eine Möglichkeit, wie ihr mit Check24 Geld verdienen könnt, die ihr sicher noch nicht kanntet. Check24 bietet nämlich auch noch ein Partnerprogramm, bei dem du Geld verdienen kannst, jedes Mal, wenn jemand über deinen Link etwas bei Check24 in Anspruch nimmt. Bedeutet, wenn jemand einen Mietwagen oder eine Reise über deinen Link bucht, verdienst du daran Geld. Wenn jemand auf deinen Link geklickt hat und eine Versicherung abschließt, verdienst du Geld. Wenn er den Stromtarif wechselt, verdienst du Geld. Wenn er seinen WLAN oder Handyvertrag wechselt, verdienst du Geld. Und bei allem, was Check24 anbietet, kannst du jedes Mal Geld verdienen, nur wenn du dafür sorgst, dass die Person über deinen Link auf Check24 geht. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Es fängt hier gleich einmal an mit den Reisen und dort kannst du 7,5% pro Reise verdienen. Bedeutet also, jedes Mal, wenn jemand über deinen Link eine Reise im Wert von 1.000 Euro bucht, verdienst du jedes Mal 75 Euro. Das Ganze beschränkt sich aber nicht nur auf Reisen, sondern auch noch auf alle möglichen anderen Dinge, die wir uns gleich noch anschauen werden. Das Schöne beim Check24 Partnerprogramm ist, dass sich dort jeder registrieren kann und du nicht irgendwelche bestimmten Voraussetzungen hast, wie bei vielen anderen Programmen. Es gibt bereits über 50.000 Partner und hier siehst du auch schon von Privatperson bis Unternehmer. Bedeutet also, dass du nicht wie bei vielen Plattformen erstmal nachweisen musst, dass du einen Insta-Account mit 10.000 Followern, einen YouTube-Kanal oder was auch immer hast. Hier kannst du sehen, dass du auch Geld verdienen kannst für andere Bereiche und für jeden DSL-Abschluss bis zu 72,50 Euro bekommen kannst, für jeden Strom- und Gasabschluss 20 Euro, für Mietwagen bis zu 7,5%, bei Ferienhäusern 4% und so geht das bei wirklich allen Bereichen für Check24. Extrem viel Geld kannst du verdienen, wenn jemand einen Kredit über Check24 abschließt und vorher deinen Link genutzt hat. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Links bewerben kannst und das würde ein eigenes Video erfordern. Du könntest zum Beispiel einen eigenen YouTube-Kanal starten, wenn dir sowas aber nicht liegt, kannst du auch ganz einfach in Facebook-Gruppen gehen und dort zum Beispiel bei Reisegruppen posten und Tipps zu bestimmten Reisen geben und dann deine Links dazu verwenden. Genauso kannst du zum Beispiel auf irgendwelche Deal- und Sparplattformen oder Foren gehen und dort sagen, hey, guck mal, diesen DSL-Tarif gibt es gerade zu dem und dem Preis im Angebot, dann packst du deinen Link mit rein und schon verdienst du wieder jedes Mal Geld, wenn jemand diesen Link nutzt. Du hast hier also wirklich viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst und gerade bei solchen Sachen wie größeren Facebook-Gruppen kannst du ohne viel Aufwand wirklich viele Leute auf diese Links kriegen. Wenn du dir mal ein eigenes Video dazu wünschst, wo ich nur darauf eingehe, was es für Möglichkeiten gibt, damit Leute diese Links nutzen, lass es mich gerne wissen. Wenn du jetzt damit starten möchtest, kannst du hier einfach deine E-Mail-Adresse eingeben, bestätigst deine E-Mail und kannst auch schon loslegen. Dann erhältst du deine personalisierten Links, die du zum Beispiel in verschiedenen Gruppen nutzen kannst, um so Geld zu verdienen. Hier ist es definitiv möglich, langfristig wirklich große Summen an Geld zu verdienen und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Die Links zu allen der heute gezeigten Methoden findest du in der Videobeschreibung. Du findest in der Beschreibung außerdem unsere weiteren liebsten Methoden, um online Geld zu verdienen und unsere hilfreichsten Tools. Wenn du dich für Naga interessierst, habe ich sogar noch einen Bonus für dich, denn ich habe einen Sheet erstellt, auf dem ich die besten Naga-Trader zusammenfasse und dazu immer angebe, wie viel Kapital du brauchst, um diese zu kopieren. So ist garantiert für dich der beste Trader mit dabei und du kannst direkt damit starten. Wenn du das Sheet haben möchtest, registrier dich einfach über den Link in der Videobeschreibung bei Naga und sende mir eine kurze E-Mail, damit ich dir das Sheet zusenden kann. Die Registrierung bei Naga ist komplett kostenlos, dauert nur wenige Sekunden und du findest in der Beschreibung ebenfalls ein Video, wo ich dir das erkläre. Du kannst bei Naga sogar mit einem Demokonto starten und komplett kostenlos einmal ausprobieren, ob es dir gefällt. Die Links zu allen anderen Methoden findest du natürlich auch in der Beschreibung und probier einfach aus, was dir gefällt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen und falls dem so ist, würde ich mich wirklich von ganzem Herzen über ein Like und ein Abo freuen. Aktiviere auch die Glocke, damit du nichts mehr verpasst, denn dich erwarten hier jeden Tag neue Videos zum Thema Online-Geld verdienen. Wenn du irgendwelche Fragen zum heutigen Video oder auch zu einem anderen hast, schreib mir gerne, ich bin gerne kostenlos für dich da. Abonnier also auf jeden Fall jetzt schon mal den Kanal, damit du nichts mehr verpasst und du findest hier jetzt ein für dich persönlich vorgeschlagenes Video. Dort erhältst du weitere Tipps zum Thema Online-Geld verdienen und findest sicher eine für dich passende Methode. Schau es dir also gerne einmal an und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dahin.